Quatsch bescheuert Wurde ich erkennen nirgends irgendwas ? Also Anfrau ich rück jetzt ein bissel zu dir nach noch auf die Tanne Nach und rein ins Metzgerhaus Hi, ich sehe Kevin Metzgerhaus sauber wie es weiß, ich guckle rein Raus sauber Fakt er wenn er reinkommt Ich bin jetzt erst in der Tanne angekommen Hau Hau Schnell Schnell Okay, ich komme jetzt runter komm jetzt rein ich rück jetzt zur Tanne vor hier scheint mir auch noch nicht gelootet zu sein oder jemand hat einfach die Dose hier übersehen wenn du ein Messer dabei hast schneit mal den roten Mantel in äh, äh, Dings ne, Messer hab ich nicht so, ich komm jetzt runter zum Metzgerhaus vor Metzgerhaus, neben Metzgerhaus was mit rotem Rucksack toll vor Metzgerhaus warte, Nate, ich komme wo ist der hin? boah, Mensch, bin ich erschrocken vorne an der Straße an welcher Straße? vor der Police ne, da bin ich 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 bin nach wie vor im Metzgerhaus wenn jemand von euch reinkommt, sag Bescheid ansonsten schieße ich ne, der hatte glaube ich keine Wache er hat noch gar schnell einen Bauhelm auf gehabt oder irgendetwas grün, grün Helm, grüne Mütze grün ist irgendwas sag trotzdem Bescheid bevor jemand von euch ins Metzgerhaus kommt hey, wo bist du? ich renne jetzt zur Hauptstraße vor ich bin hinter Dionell ne, du bist hinter mir gewesen ihr seid alle Hauptstraße? ich bin Hauptstraße ich auch ja, dann komm ich auch vor weg der Kollege heilige Scheiße das ist mal Richtung Police würd ich sagen der hat sich bestimmt in irgendein Haus verpisst ja werden wir uns sehen schießen, oder? ja wo seid ihr jetzt? ich bin Police ok, komm ich hör jetzt auch hin wer ist hinter mir gelaufen? ich gut ich hatte jetzt nur ein Schritt gehört, deswegen wer ist grad hinter der Police? hinter der Police? ja jemand hinter der Police? nein gut hab ich nicht gesehen, ich hab ihn nur rennen sehen ein orangen Rucksack, so wie wohin hinter der Garage hier rand ich komm raus ich bin jetzt auf der anderen Seite von der Garage nicht sehen orangen Rucksack das ist das ist aber Kevin ja ich bin eben in der Garage gerade weiter ich hab niemanden gesehen wer ist da hinter den Garagen? der Kevin Kevin und Kevin hat er ja der ist grad hier hinter die Rand ist ist grad bei den Tann hier, guck mal ich bin jetzt grad bei den Tann hier, guck mal da da vorne läuft einer vor der Police vor der Police vor der Police, vorbei welche Richtung? Richtung Elektro vor also ich weiß nicht, ob er in die Police ran ist, ist grad davor gelaufen ich gehe seitlich am Wald, an einem beigen Haus vorbei da ist er, da ist ein Neubi, da ist ein Neubi da ist ein Neubi in Spanien ich habe Deckung mit der Police ah ok, du bist in Spanien so ich komme rein ich bin in der Oberetage, ich bin noch schnell durch, gucke ob der hier irgendwo ist der Andere Pass auf, da ist noch einer der läuft jetzt, geht an die Police, der kommt in die Police rein hey stopp ich bleibe den auf ich gehe noch schnell Police durch stopp, stopp, stopp ok ok ich bleibe die Tür vor der Police zu ja, ich bin noch draußen ich bin noch draußen ok, dann komme ich zu dir ich bin aus Spanien äh, du bist aus Spanien auch? äh, ok bitte bitte geh aus der Polizei für einen Moment was? bitte geh aus dieses Bild für einen Moment da ist noch einer, noch einer, noch einer, noch einer kommt auf uns zu da ist noch einer, noch einer Bambi da hinten ja, ich bin hey man hallo hallo komm oder runter ok hallo 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 wo ist der dritte? wo ist der dritte? weiß ich nicht, welcher dritte? wo ist der dritte? wo ist der dritte? du bist der dritte? du bist der dritte? du bist der dritte? ey man, da ist ein schönes Dress, wir tragen wir tragen oh je ja 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 mir auch nicht mir auch nicht mir auch nicht was machen wir, erschießen und weg, oder was? schießen und weg warte, 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 warte erst müssen wir den zweiten finden noch wo ist der andere? der auf der einen hier in der Garage ok habt ihr sie weg gemacht? jo der lebt noch, der müsste, da kommt der gerade bei euch lang pass auf, der läuft jetzt nur im kreis, der läuft nur im kreis der läuft nur im kreis der ist verblutet lass ihn laufen, der fällt irgendwo rum ich höre einen Truck, ich höre einen Truck weg, Truck Police, Police, Police best lässt sich was zu verteidern ich bin der Police, geh aufs Dach komm da mit rein ich komm in die Seite ich bin Seitentür komm rein, Tür zu ach jetzt komm rein, komm komm rein der Spanier läuft da draußen um nach oben, wo? äh, falsches Zimmer wo ist der Truck? ich hab einen gehört ja, ich hab grad was gehört ja, ich hab grad was gehört ich hab Tür unten zugemacht sicher, der Police verschanzen ist aber nicht die beste aller Ideen dieses auch mit ja, da haben wir in vernünftigsten Höhen, ohne Punkt wenn wir im Spiegel gucken ist noch jemand mit mir herunten ist noch jemand mit mir da? da ist noch rennt er oder sind alle oben? ne, Spanier läuft ja noch irgendwo rum irgendwo ist der Link irgendwo ist der Link ich steh hier an der Köppe ich bin unten hey, da ist er, der ist der Herrin hallo, wer hat mich jetzt getroffen? mich auch mich boxt der noch hey, das ist der Spanier wie macht der das? jetzt ist er down lass mich halt mal raus der ist down wie ist der hier reingekommen? ich hab keine Ahnung da hab ich die Tür ja, der hat die Tür aufgemacht das hab ich aber nicht gesehen Leute, ich geh runter und mach die Tür zu Kevin, ist was kaputt von dir? warte, ich gucke denn ja, ich hab alle Naked dabei mein Barrette ist auf jeden Fall kaputt damaged alles nur damaged ja, schmeiß mir hin, ne ich also mein Herz macht das halt nicht so oft mit wahr also mein Herz macht das halt nicht so oft mit wahr sehr froh, ich hab Markus die Woche immer um 10 Jahre alt und lass noch eh schlafen ich wollt's grad sagen das ist doch gar nichts da weißt du, es ist ein Gegner da ich hab aber wenig Schlaf Kevin, Kevin ich hab heute schon 3 Energy weg Kevin ja geh auf den Nachtsurfer geh ganz relaxed mit ganz wichtig nimm Anfuhr mit nimm Anfuhr mit 5 Leute auf dem Surfer ähm, ziehen wir uns oben auf dem Berg zurück oder was? hier ist der andere wo? hier bei mir vor der Scheune hier ist jetzt hinter der Scheune hinter der Scheune? stimmt alter, können wir scheiße schießen ich komm oben vom Berg Fretzer der ist aber noch nicht tot Fretzer meine Fretzer ey wie heißt der? wie heißt der? keine Ahnung erst mal in die Scheune rein Ewan Hodge die Munition verschossen ey oh cool oh da kommt aber grad ein ganz toller Name hier auf dem Surfer was denn? 4YDAKBKE3AX ah und stand da vorne danach ist wer? ok langsamer sichern dann Munition deswegen sag ich ja zurückziehen und dann erstmal aufmunitionieren ich hab jetzt erstmal das volle 75 reingepackt ja das muss ich aufladen ich hab noch einen 30er aber ja das 75er will ich aufladen wohin wollen wir uns noch zurückziehen eigentlich? ja nach oben ein bisschen da auf den Berg ja das wir in Ruhe aufmunizionieren können ja wir brauchen jetzt nochmal einmal schnell R drücken ja 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 das ist ja hier ja das erste ist ja hier das erste ist ja hier 25 ne übrig wir müssen unbedingt ein Schießtraining machen ja das ist ein Schießtraining wenn die da so rumhampeln was willst du denn da machen, Golf? weißt was das Problem ist ähm ich vergesse zum Beispiel immer gleich einfach mit rechter Maustaste in First Person zu gehen beim Schießen na? ach das hilft doch nicht das hab ich voll bei den Warnern gemacht ja das hilft der hat die ersten drei Kugeln abgekriegt und dann hat der Haken geschlagen wie beim Armöre und da ist dann natürlich wahnsinnige Munitionsverschwendung dabei ja na klar hat der ja jetzt aufgemacht den ersten Hinz hat er abgekriegt von mir und dann hat der Haken geschlagen so hier in die Tannenreihe das ist okay Achtung Spieler Hauptstraße Kami rennt Richtung Kami rein von Solnitschi aus Noob? äh wahrscheinlich Kellen oder was wollen wir denn machen? äh sehe ich jetzt nicht mehr äh ich denke der ist bei den ersten Häuser irgendwo ok da drüben noch ok da kommt der mit den holen ja komm latsch mal runter alle waren volles Rohr lass uns zumindest noch kurz bis wir denn noch mal auf Angriff heute ja weißt du mal auf Krawall gewusstet ne du hast den als letztes gesehen du musst nur zu kurzem äh ne bist du das da unten? naja an der Schiene bin ich ja ich komm hinterher ich bin hinterher ne du bist hier du bist böse so mir nach ich bin hinterher nachher nachher wird in den Häusern irgendwo sein wahrscheinlich ne naja wahrscheinlich ich geh gleich mal hier in das Fäische rein seid ihr auf der Hauptstraße? ja ja Fäische scheint da nicht zu sein dafür sind jetzt zwei orange Raincoats dafür sind jetzt zwei orange Raincoats dafür sind jetzt zwei orange Raincoats ich denke mal der wird hier in den ersten drei Häusern vier Häusern irgendwo rumgammeln vielleicht sieht er uns ja jetzt schon dann hat er uns schon gesehen dann scheißt er sich in die Hosen dann scheißt er sich in die Hosen ok hier mal das grüne Rollen ich nehme das auf der linken Seite hier ich gehe hier rechts rein sollte immer einer an der Straße bleiben, ne? ja gleich im Plus-Foodie-Haus gleich die Scheune nochmal schnell ich hab mich halt grad voll erschrocken weil da einfach nur Schuhe standen hands up, hands up, guys da hatten Leute passen wo? wo? im Essenshaus Essenshaus, Essenshaus wer ist? der ist doch am Fressen wo ist das Essenshaus? drüber das letzte drüber das letzte ach hier auf der rechten Seite vielleicht nicht oh hier, kommt das wer war das? ich nein, wer das war? der Typ oh oh, KDN-Clone oh, wir haben uns eine Freude gemacht wie viele sind von denen hier auf dem Server? ich hab keine Ahnung nur einer da ist ein Yubi da ist ein Yubi oh, ein Russischer, Dude! ich schicke einfach alles abkühlen der soll stehen bleiben der soll stehen bleiben der soll stehen bleiben der soll stehen bleiben und wo? der hat sofort die Fäuste gehoben was ist denn hier heute los? und kam ich bitte der hat sofort die Fäuste gehoben und hat mir irgendwas erzählt von wegen Waschenwellen oder sowas ja, ja welcher KDN-Typ war das? der andere? ja äh Gypsy Gypsy, da ist noch ein zweiter drauf es sind zwei andere noch drauf da ist sogar noch ein dritter drauf ja, ja sollten wir vielleicht nicht hier in der Hauptstadt bleiben nein kurz zurück nicht unbedingt und von oben beobachten wieder jawoll ach alter ich will auch noch einen töten da musst du schneller sein vor allen Dingen schneller wie Anfo ach komm bei dem ersten hab ich kurz überlegt Anfo es hieß ich krieg den zweiten ach komm ich hab den ersten nicht gekriegt jetzt soll ich nicht rum ja und vor allem also den letzten hier da hättest du freie Schussbahn gehabt ich hab da sogar extra die Beine gebrochen ich muss mal kurz sagen der hat ja neue Legen war ja noch nicht tot Achtung Spieler unten Hauptstraße wo? Bambi von wo? äh Solvici Richtung ist im ersten Haus verschwunden ne in der Garage ne weiter im ersten Haus vorbei auf dritter zweiter Haus dann kommt sie noch hier hoch ich bin am Haus vorbeigelaufen du darfst sehen da unten jetzt geht er ums Haus jetzt geht er ums Haus ja jetzt ist er ums Haus holen wir Kevin welches Haus? jetzt das Blockhaus drüben ich lot's dich oder warte mal die könnten sogar zu zweit sein der eine hat einen Motorradhelm auf der eine hat einen Motorradhelm auf ne das ist der ja gut läuft jetzt weiter zu dem rot ne ich setze da in der kleinen Hütte drüben zu dem grünen Haus auf weißem Sockel ist da jetzt drüben da kannst du ja an der Treppe einfach abfangen wenn du dich verheizt kommt er jetzt gleich wieder raus kommt er jetzt wieder raus kommt er jetzt wieder raus ich bin hinter dem Plug-Haus raus jetzt verliere ich ihn aus und der ist jetzt in das Beiges Haus glaub ich rein wie lange ist er bei Kevin? also auf Beiges Haus kann er auch hinten rausgehen ne? ja ich versuche mal eine andere Position zu kriegen in das Zimmer oh ich hab Schluss gehört das hohe ich hast du? ne brauchst du Hilfe? der ist bewaffnet was? Mensch sag doch was was? Alter jetzt erst gesehen ja komm wo bist du Kevin? ich komm grad unter dem Berg hoch alle schien jetzt ne Berg hoch ist immer ganz schlecht der ist hinter dir komm zu mir schien Richtung Solnitschi oh mein Gott oh mein Gott du Mist wie war? habt ihr einen? naja wer war das? oh der hat ja noch mal aus ihm sogar ich hab keine Ahnung äh ah verdammt jetzt habt ihr ihn so schnell erwischt ich bin nämlich extra aus und rum gelaufen das war Bebe Bebe ja ey Leute mein Herz der ist bewaffnet weil wie er gleich stiften gegangen ist der ist genau auf mich zugerannt mit der AXE ja ich hab's gesehen fuck man jetzt hol dir das ist ein Noob der hat noch gar nichts ja das ist ja das hol ihn dir ich will seine Wurse ich will seine Wurse nochmal und ich hör dich ich will seine Wurse noch mal und ich hör dich wenn ihr mich nochmal so verarscht das war übrigens nicht Anfors Schuld ja das stimmt das war Nate ich hab gesagt er hat nichts Nate Nate aber Anfors hat gesagt hol ihn dir wer ist da oben auf dem Berg schon wieder Kevin du? ich? bin hier grad in der Panne ja ok 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 ich hab grad ein tolles Magazin und vier einzelne Schüsse dann war's das Leute also ich hab ich hab noch ein bisschen was für dich sowieso nicht ähm 38 was brauchst du für Medizin? ich lad grad mal schön die Mosin hier die SKS Muni brauch ich zwei 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 Untertitel zwei